Was ist Ihr Wagen? Der Hunder, ja. Wann haben Sie erfahren, was Ihr Wagen lautet? Ich schaue es aus dem Fenster. Na, ihr hört den Krach aus dem Fenster. Und da würde ich mal gucken gegangen. In dem Fenster sah ich, dass das passiert ist. Das ist Ihr eigenes Auto? Ja, das ist mein eigenes Auto. Das ist mein eigenes Auto begraben. Sie sind natürlich froh, dass keine Leute da sind. Ja, sicher. War ja nichts passiert. Es ist ja nur Beckschadung. Wir hoorden den Schlag. Wir sind hier nach Buiten gekommen. Ihr wohnt hier in der Flatt? Ja, hier in der St. Jotoflatt. Und da haben wir die Situation hier gesehen. Es ist eine ganze Ravage hier. Als ihr habt, ich habe es schon mal gesehen. So wie Sie gehört haben. Ein Huhnchen soll über die Straße gelohnt sein. Ich w Dropsch ist, bei dieser Also die Trink Susan ist sehr frei. Ich schaue Fernverkant. Das ist ganz Its Kaz Guild. Schösten viel damit, schaauf noch weiter ein. Schon mal! Dus hier ist keine erste исторische Versorte.